Molle, der Trimax hier. Keine Ahnung, was hier abging. Es gibt gerade den eingeschränkten Duo, Pop-Up Cup, also relativ verschwitzt, starke Spieler dabei. Und dann gab es den hier. Das hat mir gerade Chef Strobel geschickt. Der ist an diesem Spieler gestorben. Man ist gerade aus dem Bus rausgejobbt. Also die sind alle noch in der Luft. Und dieser Spieler hat schon einen Quad. Was jetzt passiert ist bei diesem Hacker, ich würde sagen, wir drücken einfach mal Play und ich bin mal gespannt. Er startet mit einem Quad. Und fährt alle immer über. Der fetzt auch komplett hin und her. Das ist ganz fette Fields. Der teleportiert sich. Jetzt ist er komplett woanders. Guck mal, jetzt ist er in der Wüste. What the fuck? Jetzt ist er wieder woanders. Lucky Landing. Der hat jetzt schon irgendwie acht Kills oder sowas. Was ist er denn? Wo kann ich die Map mir anzeigen? Hier, wir machen uns über eine Map. Was ist... what the fuck? Der geht auch nie... Auf dem Boden. Dann lädt's. Dann ist er wieder in der Wüste. Hat er gerade einen Typ im Gleiter. Weggefetzt. Jetzt ist er Paradise Palms. Wird sogar mal angeschossen. Er tötet alle wieder weg. Also es ist ja so low, ne? In dem E-Sports Event sowas zu machen. Das ist ja so grausam low. Ziagov1337. Das ist kein Hacker. Ne, ne. Der hackt nie. Das ist... Das ist Legend Gameplay. Der hat nur lags. Ne, ne. Das ist tatsächlich kein Hacker. Der hat nur ein bisschen gelaggt. Deswegen. Jetzt fährt er noch geradeaus. Ist er noch da? Ist er schon gebannt? Kommt da noch was? Ich glaub... Entweder ist der AFK. Oder sein Heck geht nicht mehr. Oder der wurde schon gebannt. 13 Kills. Der wird auf jeden Fall ganz sicher gebannt. Match verlassen. Wir können das nochmal... Wir gucken uns nochmal den Clip von Chef Strobel an. Weil der so schön war. Wie Chef Strobels Reaction darauf war. Warte mal eine Sekunde. Warte, warte, warte. Es ist so dumm. Es ist einfach nur so dumm. Und stumpf. So, hier einmal Chef Strobel nochmal, Leute. Doch nicht. Der ist unten reingegangen. Mega verschwitzt. 20 Punkte. Respekt schon mal für die Leistung. Jetzt sind sie gerade erst gelandet. Und er ist auch immer da. Hä? Tot. Was? Ist ein random Quart, das hier? Der Cheatet. Der Cheatet. Der Nächste ist auch schon wieder down. Der Cheatet. Ja. Der Cheatet. Halt. Der Cheatet. Der hat sich auch vorhin schon bei einem Dings bedankt. Guck dir den an. Der hat mich einfach gerade getötet. Was ist das denn? Irgendwo in viele Kehze gemacht. Ja, er hat sich auch schon. Doch nicht. Kannst du knicken. Also Leute. Kurzes Video vom Hacker. Früher wurde wenigstens noch irgendwie. Könnten die fliegen und schießen oder irgendwas. Der hat jetzt einen ganz komischen Hack entdeckt. Wo er einfach mit einem Quad rumfetzt. Er hat nur Legs. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Schaut auf jeden Fall bei Chef Strobel vorbei. Der erscheint ja hier noch. Das Event geht ja glaube ich noch ganz schön lang. Der hat schon 20 Punkte. Genau. Das war's mit dem Video. Haut rein. Das war's mit dem Video. Das war's mit dem Video.